ist das singend aus der Scheide geflutscht. Atemlos! Atemlos, weil die Vagina den Hals zuschnürt. Geil, Juni. Ja, das ist ja Erlebnis-Podcast. Das sind vor allem hier die Geilen. Wir sind übrigens schon drauf. Ach so. Bevor ich hier Werbung machen muss. Voller Code Opener. Ja, es gibt ja diese komischen, wo Alkohol drin ist. Die gehen gar nicht. Ich liebe die. Echt, ja. Ich bringe ja kein Alkohol, aber das ist übelst geil. Das sind ja immer die Dinger, die Verwandte. So, hier, guck doch mal. Also gut, dann gebe ich die in Zukunft immer an dich, wenn ich da mal irgendwas bekomme. Ich habe im Dezember jetzt bestimmt drei Kästen veratmet. Weggesoffen. Ja, eingeatmet. Echt drei Kästen. Mit Mila zusammen natürlich, aber trotzdem so übelst geil. Was auch übelst geil ist, ist, dass du hier sitzt, Tino. Ey, es ist so schön. Ich bin da. Ich war im Urlaub. Ich habe im Urlaub genommen von der Podcast-Akademie quasi. Ich habe gesehen, dass ich noch Urlaub übrig hatte für letztes Jahr. Da habe ich gesagt, mache ich jetzt einfach mal und schlafe mich ein bisschen aus und mache andere Sachen. Und jetzt bin ich zurück. Und ich bin sehr froh, dass mich Dr. Professor Herodes vertreten konnte. Ich muss gestehen, ich habe den Podcast nicht gehört. Besser ist es. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe nur mal kurz reingehört. Und ihr habt mich angerufen einmal, als ich nicht dabei war beim ersten Mal. Aber ich bin sicher, es macht ihr immer gut. Und ihr sowieso immer. Na, den Weihnachts-Podcast haben wir rausfallen lassen. Warte mal, ich glaube, wir haben sogar zwei rausfallen lassen. Echt? Ne, der eine kam, glaube ich, kurz vor Weihnachten. Silvester haben wir nicht aufgenommen. Das kann sein. Ich hatte ja auch Besuch hier. Und da, ne, wisst du, Silvester sind eh alle besoffen. Und wenn die einen Podcast hören würden, die würden unsere Gags gar nicht verstehen. Und so. Und da dachte ich, ne, fuck off, Alter. Da kümmere ich mich um einen Besuch, der nicht alle Tage ist. Ja. Darauf eine Schokokugel. Ja, Prost. Oder was man da so sagt. Sie sagen nicht den Namen aus markenschutzrechtlichen Gründen. Ja, es ist nicht dieses Weiße und es ist nicht das mit Alkohol gefüllte, was sich eklig und Tino gut findet. Es ist mit Gold und Wild und George Clooney ist die wohl gerne. Mmh. Laut des Werbespodcasts. Ja, das macht es ja sehr schwierig zu erraten. Und darf es nur nicht nennen, glaube ich. Mmh. Mmh. Also, Leute. Mmh. Erlebnis Podcast. Mmh. Auf das neue Jahr. Aber hast du gewusst, dass es diese Piamont-Kirsche gar nicht gibt? Was soll denn das sein? Wo ist die? Vom Orcherie. Ich wusste nicht, dass da Piamont oder was das ist. Die werben doch immer damit. Mmh. Nur mit der Piamont-Kirsche. Die gibt es gar nicht. Wird auch nur in Deutschland so vermarktet. Leute, lügen in der Werbung? Tatsächlich. So was gibt es? Ja. Schweine. Das ist eine Kirsche aus Deutschland, einfach. Ja. Gut. Die Piamonts oder so sind ja irgendwelche Gebirge in Italien. Mmh. Oder irgendwo. Und da sind die mal hingefahren, so ein Reporter-Team. Und haben die gesucht, ja. Und mit einem Feldstecher standen sie auf dem Hügel. Die gibt es gar nicht, ja. Äh, andere Sachen, aber nicht das. Geil. Und das sind deine Notizen. Du hast da hier drei Sätze. Ich hab noch mehr. Ich hab noch mehr. Das ist nur Notiz. Und dann hab ich noch mein Facebook, ähm, gespeichert. Ah. Ne, also wo wir gerade hier so von alkoholhaltigen, ähm, Süßigkeiten essen, schmecken, reden. Eloquenz. Ihr merkt, es ist eine Weile her. Aber schön, dass ihr auch mit da seid. Hallo. Hallo. Achso, übrigens, ein saftigster Anhoher von der Datenautobahn. Mein Name ist, äh, Tino. Ja, und damit... Jetzt hab ich dich in eine Sackgasse manövriert. Da will ich wahrscheinlich jetzt robben. Okay. Meine Freundin nennt mich auch Tinko. Hm. Seit neuestem. Kennst du, kennst du dieses geile Video von den Kindern, die so anstoßen und sagen, hey, Kindesekt. Ne. Kennst du nicht? Glaub ich nicht. Das ist ein Klassiker mittlerweile. Instant Classic. Ich dachte jetzt, es kommt sowas wie, ich bin da Bruno, ich bin auch dabei. Ne, die sagen, die stoßen an, ich glaube sogar auch zu Silvester, aber nicht dieses Jahr, sondern irgendwann. Und sagen, hey, wir trinken Kindesekt. Ja, so Ösi-Kinder. Riecht geil. Und weißt du, was die dazu in den Philippinen sagen würden? Geil. Lecker Schmecker. Keine Ahnung, ich spreche ja kein Philippinisch, aber... Kindesekt gibt's da jetzt nicht mehr. Ah. Heirat mit Kindern ist doch verboten. Gucke mal. Ach, toll. Weißt du, hier fallen mir die Ehe für alle und die machen einen Schritt zurück. Ist so, Alter, die Schweine. Dieses Hinterland, ey. Echt? Da gab's Kinderehen? Na klar, das ist doch das Ding, warum die immer auf die Philippinen und so. Die Frage ist ja auch... Also, ne, die sind nicht alle zum Heiraten auf die Philippinen geflogen, aber... Ich hab meine Kalle nicht geheiratet. Ne, aber, ähm, also die Frage ist ja auch, darf man noch Kindersex haben? Naja, wie das halt so ist in so einem Land, ne? Das wird ja jetzt nicht über Nacht einfach weg sein, weil der Staat sagt, hm. Außerdem geht's ja wirklich nur um die Ehe, ja? Ja. Da wird's bestimmt schon auch miese Prostitution geben, aber das ist ja schon mal was. Der erste Schritt in die richtige Richtung, sagen wir mal. Ja. Ich freu mich für die Philippinen, dass sie ja jetzt so fortschrittlich sind und Kindern einfach mal die Möglichkeit geben, Kinder zu sein und sich ja erstes Mal selbst auszusuchen. Hm. Aber andererseits, ne, also, die haben jetzt halt nicht einen Experten, den sie da durchleiten können, durch das erste Mal, wenn die mit anderen Kindern sehr... Auf alten Pferden, auf alten Pferden lernt man Fahrrad fahren. Ja. Auch so gelernt. Ob das auch so ist, weiß ich nicht. Eigentlich gemein, diesen Kindern diese Möglichkeit zu nehmen. Ich hatte noch nie Sex mit einer Person, die älter ist als ich. Echt, ja? Ach doch, 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 ein-, zweimal, doch, doch schon. Aber eigentlich waren die immer jünger als ich. Ich war aber jetzt übelst krass, ich bin jetzt 28 geworden im November und ich bin dann noch so auf diesen ganzen Grindr- und Tinder-Profilen unterwegs und seit neuestem kenne ich es, dass ich Leuten zu alt bin. Oh, oh. Wenn, weiß ich nicht, man ist es ja, bei Grindr ist es ja so, dass man Leuten so einen Gruß schickt, so wie sie anstupsen quasi und wenn da so ein, weiß ich, der ist 21 oder so, dann schicke ich denen so einen Stupser, da kommt manchmal so als Nachricht, bist du mir zu alt. Ich dachte, krass, Alter, jetzt fängt es bei mir auch schon an. Früher war ich derjenige, der alle wegschicken muss, weil sie zu alt war. Jetzt fange ich an, zu alt zu sein für manche Leute. Es ist abgefahren. Schau, Tino. Aber auch, so ist das im Leben. Und ab wann wird reingerendert auf Grindr? Oder ist es nicht so dein Smart here? Naja, also ich glaube, ab 30 ist man schon ziemlich raus aus dem Game. Oh. Also die meisten haben ihre Altersgrenze auf 30 gesetzt und dann ist man eigentlich, muss man sich dann mit den Leuten befassen, die über 30 sind. Das Witzige ist, ich habe ja auf Instagram so eine Serie, kann man sagen, so eine Story-Serie mit lustigen Chat-Nut-Verläufen, die ich so in den letzten Jahren gesammelt habe. Und manchmal gibt es dann so Leute, die schreiben mir, die sind so über 50 und schreiben mich an, hey, Bock auf GV und Kirschen essen und dann schreibe ich meistens, nee, bist mir zu alt, zu Altersgrenze, ich suche ja gleich Alträger, da kommt sowas zurück wie, ach komm, Alter, das ist nur eine Zahl und so. Dann habe ich wieder geschrieben, dann kannst du ja auch ältere Leute treffen, da schreibt er mir, nee, ich stehe auf Jüngere. So ist die Logik dort. Na gut, na gut. Abenteuer Grindr. Abenteuer Grindr-Stories, ich habe ein neues kleines Format mir überlegt. Eigentlich ist es nicht ein Format, es ist eine winzige Rubrik. Vielleicht hast du da auch was zu zu sagen. Und Verzeihung, das ist meine Lunge heute, also ich habe echt die letzten Wochen habe ich wieder so ein bisschen, ich brauche ein neues Hübchen, sind nicht alle und weil es kalt draußen ist, meine Bronchien ziehen sich zusammen. Egal, ihr könnt damit verliebt nehmen, denn wir wiegen das mit unserer Eloquenz und Geistreichigkeit hier auf. Ich habe einen sehr begrenzten Wortschatz. Mein neues, meine neue Rubrik ist Namen ohne Gesichter oder wie auch immer wir es nennen wollen, habe ich mir gerade überlegt. Und zwar, es gibt ja immer mal so Namen, die du irgendwie hörst, aber nicht weißt, wo die herkommen. Und die droppe ich hier, ohne die zu googeln. Ja. Und vielleicht weißt du die, vielleicht hast du auch selber gerade so einen Namen, den du schon immer irgendwo mal gehört hast, Frank Rosin. Okay, warte, warte, warte. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Ich würde ihn irgendwie in den Medien einordnen, so irgendwie Nachrichtensprecher oder irgendeinen Scheiß. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe den Namen echt schon oft gehört. Ich glaube, der ist Koch oder so, Fernsehkoch. Okay, gut. Ich dachte, der ist Fernsehkoch oder irgendwie so ein Restauranttester, so eine Art. Echt, ja? Das ist jetzt mein Gefühl, Frank Rosin. Na, dann google ich das mal gegen. Klingt ja auch so. Ich weiß ja nicht. Also, Rosin, so ein bisschen nach Nahrungsmittel. Mhm. Frank Rosin. Ist wirklich ein Koch? Ja, siehst du? Aber ich habe keine Ahnung, wie er aussieht. Ach, der ist das. Ah. Warum habe ich das, warum höre ich so oft von einem Koch, Alter? Frank Rosin, ja. Ein Fernsehkoch, ja, stimmt. Mhm. Jetzt kenne ich sein Gesicht auch wieder. Infos zu Rosins Heldenküche, Sendetermine, Teilnehmer, bla bla bla. Ja, geil. Haben wir das endlich mal geklärt. Ich habe das eher so bei schriftstellenden Leuten, wie jetzt irgendwie Juli C oder so, die ich gerne lese, aber ich weiß nicht, wie die aussehen. Ja, ohne Gesicht, das war nur so, das war nur so, das ist figurativ. Ja. Also, einfach nur, du weißt, dass diese Leute existieren und für irgendwas relevant sind, aber absolut nicht was. Und da kennst du das, wenn du Parodien von Menschen kennst, aber nicht weißt, wie die echten Menschen so drauf sind. Mhm. Das ging mir bei Switch ganz oft so, bei der TV-Serie, wo sie so TV-Shows nachgemacht haben, da gab es diesen, äh, Uli Hoeneß hieß der. Das ist so ein Fußballtyp, ne? Das ist dieser Fußballmanager oder so. Und ich kannte den vorher gar nicht, aber ich fand jetzt diese Parodie von Max Giermann so großartig, wenn ich das schon höre, Tore schießen, Tore schießen und so, und ich kannte den überhaupt nicht. Da war ich voll enttäuscht, dann, als ich den mal echt gegoogelt habe, wie er aussieht und wie er sich verhält, das war gar nicht so krass. Mhm. Also, lieber kennt man die richtige Person und dann die Parodie als umgekehrt. Ja. So geht es ja auch viel mit Klaus Kinski. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die kannten diese Kinski-Figur von Max Giermann, aber kannten den echten Klaus Kinski gar nicht. Traurig. Echt traurig. Das ist ein Stück Geschichte. Aber schöne Rubrik, die merke ich mir und ich werde darüber nachdenken, ob ich noch Personen im Kopf habe. Vielleicht ist es auch keine Rubrik, aber ich habe das Gefühl halt übelst oft. Jetzt werde ich es wahrscheinlich nie wieder haben. Kann auch sein. Aber du hast gerade eine Idee, oder? Nee, bei deinen Twitch-Followern und so weiter, wenn die in dieser Nostera-Fu-Wohlfühl-Oase drin sind, in der man sich einkaufen kann, habe ich mal gehört, da sind ganz viele Menschen, die ich gar nicht kenne, wo ich gar nicht weiß, wie die aussehen, dann sehe ich die manchmal im echten Leben wie Metteier oder so und ich denke mir, ah, die sind ganz anders aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Ach, war das jetzt zu Silvesters ersten Mal? Den kenne ich ja schon, Metteier, aber das war, als ich ihn zum ersten Mal vor zwei Jahren gesehen habe, dachte ich mir, das ist Metteier, krass. Oder auch, waren das noch letztens? So muskelbepackt, denkt man gar nicht, ne? Ja, genau, voll. Also riesengroß, muskelbepackt, also David Heiden wirkt wie ein Schlumpf gegen ihn. Ja. Und wer war das denn noch? Und Johann, wo ich auch dachte, das ist ein ganz anderer Typ, der ist so über 40 oder so und, weißt du nicht, dann ist er halt, ich will ihn nicht doxen, wie er aussieht, aber ganz anders, als ich es mir vorstellte, so. Da habe ich das ganz oft. Und ich freue mich immer auf deinen Geburtstagen und so und Partys, dass ich die Menschen mal kennenlerne, mit denen ich manchmal auch korrespondiere. Orwell zum Beispiel, auch nur korrespondiert und in meinem Twitch-Kanal-Moderator, jetzt weiß ich, wie er aussieht. Ein Bildhübscher Mann, ich sehe ihn sehr gerne. Ja, Uwe ist ein guter, der kann einfach alles. Ja, das stimmt. Wer alles kann, aber nichts mehr macht, ist Joey's Jungle. Ist der auch jetzt tot? Nicht tot, nee, nicht ganz zum Glück, aber er hat mit YouTube aufgehört. Echt, ja? Ja, es gab jetzt so eine Reihe von YouTuberInnen, die gesagt haben, sie machen jetzt Schluss und da gab es auch noch irgendwelche anderen, die haben alle nicht kannte, die meinten, der eine macht jetzt irgendwie nur noch Umweltdokumentation. Finde ich vernünftig. Denn andere hören ganz auf, ich gehe jetzt in mein Privatleben und Joey von Joey's Jungle, also ja, hat jetzt gesagt, er hat sich überarbeitet und hat nur noch irgendwie das einen Leuten recht machen wollen und kam jetzt irgendwie in ganz furchtbare Gedanken und will jetzt erstmal aufhören. Und mein erster Gedanke war, hm, es ist Januar, weißt du? Wir machen ja viele YouTuber-Leute eine Pause, weil es hat weniger Werbe. Dezember gibt es richtig viel Werbeneinnahmen, Januar fast gar nicht. Aber ich glaube, dass er es ernst meint und hoffe es auch, dass er es ernst meint und weil sonst wäre es halt echt weg. Du hast ja irgendwie persönliche Bindungen zu in irgendeiner Form, so wie ich das in Erinnerung habe. Ja, wir kennen uns, ja. Über fünf Ecken. Und für mich ist das halt einfach, oh mein Gott, jetzt hat er zehn Jahre Kitty-Content gemacht und übelst sich verstellt und er wird genau so geredet worden und dann ganz schnell Jump Cuts gemacht und das ist übelst nervig. Ach nee, ach nee, das mache ich jetzt nicht, nee. So, und dann fühlt er sich, oh, ich fühle mich so eingeschränkt und wo habe ich mich denn da hinein manövriert? Oh, richtig dumm. Meine einzige Bindung zu dem ist, dass ich irgendwelche Events da auf dem Video Day gefragt habe. Das ist auch im Video zu sehen. Ich glaube, 2017 war das. Habe ich gefragt, was ist euer Lieblings-YouTuber? Und die sagen Joyce Jungle. Und ich habe gedacht, die meinen Joyce. Weil ich sie ja immer nicht kannte. Und dann habe ich mir einmal seinen Scheiß angeguckt und das war es dann auch. Ja, also ich mag ihn als Person sehr gerne. Und wir hätten jetzt auch nicht den mega dicken Kontakt. Aber früher haben wir uns manchmal schon gesehen und auch auf meiner Geburtstagwache mal da und so, als er noch kein YouTuber war. Und er hat richtig coolen Content früher gemacht. So mit lustigen Sketchen und durchdacht. Und was er jetzt aber in den letzten Jahren gemacht hat, dieses, wir machen irgendwelche Challenges, so wir baden auch in Schokosoße, ich weiß nicht, was er so gemacht hat. Und wir frittieren irgendwelche ekligen Sachen. War jetzt auch nicht meins. Aber er ist, glaube ich, eine coole Person. Und es gab auch noch ein Video von Rezo, wo er darauf reagiert hat, auf dieses Video von Joey. Wo er auch sagte, ja, es gab diese Situation, wo wir mit Ju, ich, Crispy Rob und er haben uns ein Airbnb-Haus gebucht. So für zwei Wochen haben da Videos produziert. Und der Einzige, der nie gechillt hat, war halt Joey. Er hat immer nur am Rechner gehangen, hat immer nur irgendwie an seinen Videos gefeiert und geschnitten, weil es noch perfekter haben. Und da meinte Rezo, manchmal hatte Joey so leere Augen irgendwie und hat echt nur vom Bildschirm geguckt und hat nie mal irgendwie gechillt, dass er halt so ein Perfektionist wäre. Und es ist eh nicht krass Wunder, dass er jetzt irgendwie mal die Reißleine ziehen muss, bevor er echt Burnout bekommt. Schön. Das war, ich finde, das ist eine große Nachricht. Ja, aber mir ist gerade aufgefallen, was das für eine Welt ist, in der wir hier leben, ey. Der Joey und der Ju und der Rezo und der Grizzly-Busli und wie sie alle heißen, Alter. Also, wenn sich alle selber Namen geben können, ist so eine richtig retardete Welt, ey. Ja gut, Rezo hat ja an sich keine Bedeutung, ne? Der hat ja mal gesagt, es ist einfach nur Rezo. Ja, schlimm genug. Ja. Crispy Rob, der macht ja, glaube ich, so Essence-Videos, ne? Keine Ahnung. Deswegen auch so Crispy irgendwie, keine Ahnung. Ja, es ist weird. Es ist auch nicht mein Content. Ich finde von denen am besten auch Rezo und auch Ju, finde ich manchmal ganz lustig. So diese Weihnachts-Rap-Geschichten fand ich übelst nice. Na, das macht er ja auch lange nicht mehr. Senta ist der Boss, aber das war ja richtig geil. Ja, aber sonst verfolge ich die jetzt auch nicht, die großen Mainstream-YouTuber-Leute. Weißt du, was ich auch eine echt lange Weile nicht verfolgt habe? Nee. Die Corona-Zahlen. Ja. Und ich war schockiert, muss ich sagen. Das ging ja erst nach unten, ne? Na, pass mal auf. Ich habe ja nur die Deutschen, wenn überhaupt, oder halt in Weimar so. Da guckt man halt nach, so als Richtlinie. Okay, Tendenz steigen, Tendenz fallen. Und da ist es ja jetzt auch in Weimar von 1000 auf, ich glaube, 200 wieder runter. Genau. Und auch im deutschen Durchschnitt gerade, glaube ich, so in dem Dreh. Und dann gucke ich aber mal so, was geht denn eigentlich, ja, in Europa und auf der Welt und sehe diesen Peak da, Alter. Ja, ja. Der einfach mal jetzt schon dreimal so hoch ist wie die letzte Welle, wo ich mir denke, aha. Wo Frankreich, Alter, hier irgendwie 2300, ja, alle in den mehrfachen Tausender-Bereich drin. Indien irgendwie bei 28, keine Ahnung, was die gemacht haben, sind alle in den Ganges gesprungen und existieren nicht mehr. Weil Deutschland auch nicht wirklich so eine gute Richtlinie ist. Weil erstens sind da die Maßnahmen relativ wirkungsvoll. Und zweitens sind aber auch die, also ist mein Gefühl zumindest, aber auch die Meldungen der Infektionen sind sehr schlecht. Das heißt, über die Weihnachtstage und auch Silvestertage wurde halt weniger gemeldet und weniger getestet, was woanders nicht so ist in anderen Staaten. Deswegen kann man hier den Richtwert nicht so ernst nehmen, wie er ist. Ja, ich will das auch gar nicht so an Deutschland festmachen. Es war nur für mich einfach, also ich wusste ja, dass hier Omikron und so und alles voll ansteckend und so. Aber irgendwie, ich hätte nicht gedacht, dass die hier mehrfach Tausender, also Dreitausender-Inzidenzen und sowas. Aber auch hier steigt es ja wieder, ne. Also, wenn du hier siehst, es ist jetzt von 220 von nach Weihnachten bis jetzt wieder auf 335 hoch. Aber worauf man viel mehr achten muss, ist die Hospitalisierungsrate. Wenn man hier mal guckt, irgendwie die Intensivbettenbedingungen, die geht nach unten gleichzeitig. In Deutschland. In Deutschland, ja. In Amerika ist gerade ganz wild. Die haben auch, also wow, 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 ja. Da kannst du Skifahren auf der Piste, die da gerade aufgebaut wird in der Inzidenz. Und da werden jetzt auch die ganzen, die, na, Surgeries. Die Operationen. Die werden da verschoben, wenn die nicht gerade überlebensnotwendig sind. Also da geht der Spaß gerade richtig los. Ich habe ja diesen Querdenken, Freund. Der, der sehr tief drinnen steckt. Und da schickt man manchmal so Meldungen von denen, die so völlig konträr zu unserer realen Welt sind. Da hat man ja so, zum Beispiel geschickt, das ist in den USA, wurde jetzt die Pandemie für ungültig erklärt. Ungültig. Und die Fälle sind, äh, disqualifiziert. Versuch's nochmal. Jetzt kam raus, es wäre nur die Grippe und so. Und Joe Biden wird jetzt irgendwie angeklagt. Das sind alles so richtige krasse Fake-Meldungen. Und ich habe jetzt die Idee gehabt, vielleicht sind die einfach nur in der Parallelwelt gefangen, die querdenkenden Leute, weißt du? In ihrem Hirn schon, ja. Nee, dass sie irgendwie in der, irgendwie gab es vielleicht so eine Art, wie heißt denn das, so ein Wurmloch, wo sie reingeraten sind, einzelne Leute. Und die sehen tatsächlich, bei denen gibt es vielleicht gar kein Corona. Bei denen ist es echt nur eine Grippe. Und da sterben alle an der Impfung. Und wir korrelieren gerade mit denen, weißt du? In so Parallelwelten und Universen. Ich glaube, die haben eine Nachricht fehlinterpretiert, denn es gab in einigen Ländern jetzt schon das Auftauchen von Flu-Rona. Leute, die Corona und gleichzeitig normale Grippe haben. Das ist richtig eklig. Ein richtiger Spaß für die ganze Familie. Vielleicht haben die das einfach falsch verstanden. Das war mir gar nicht bewusst, weil ich dachte echt lange Zeit, dass man solche Vireninfektionen, dass man sie gar nicht parallel haben kann. Also ich dachte halt irgendwie, ist dann das Immunsystem so stark, wenn du krank bist, dass es dann so andere so ein bisschen unterdrücken kann und sich dann mit diesen Großen beschäftigen muss. Aber offenbar ist es nicht so, dass man echt, man kann ja auch drei Grippe-Viren haben gleichzeitig irgendwie verschiedene. Die kann man sammeln wie Pokémon. Das ist quasi so. 150 ist dann Schluss und dann bist du halt tot. Ja. Dann kriegst du ein Zertifikat, wie bei den Spielen, also eine Sterbeurkunde sozusagen. Einen Orgen. Einen Orgen, ja. Kann man da auch alle acht Orgen sammeln, wenn man achtmal stirbt? Es gab aber auch so Memes von wegen, mit den Impfungen, Booster und so. Ich habe jetzt schon drei Orgen. Und ist ja auch fast so. Das Beste an Magic ist natürlich, Booster zu öffnen. Bei Impfen, weiß ich nicht. Nicht so. Ich bin ja geboostert und ich habe echt nicht so viel gemerkt. Ich war schon irgendwie, dass ich ein bisschen grippelmäßig drauf war. Aber so einen halben Tag vielleicht. Ja, ein bisschen gechillt, easy. Ja. Ich habe Triple Moderna in mir. Geil. Weil die Gentechnik kickt hart, um hier eine Überleitung zu einem privateren Thema zu nehmen. Tino, denn du hast wie andere einfach mal so den armen Markus Lanz und Herrn Brecht gebasht. Stimmt. Also ich bin jetzt kein Fanboy. Ich habe auch nicht alle Podcasts gehört. Ich habe, glaube ich, drei gehört. Nicht zuletzt jetzt wegen dieser Auseinandersetzung hier innerhalb der Community. Ein spaltendes Thema. Was erdreistet sich dieser Philosoph, zu Dingen etwas zu sagen. Und meine Aussage war einfach nur, dass ich Markus Lanz in seiner Sendung unerträglich finde. Und das in dem Podcast eher nicht so ist. Weil alleine das ständige ins Wort fallen komplett wegfällt. Und er auch eher aufmerksamer Zuhörer ist, statt ich muss jetzt unbedingt meinen Senf dazugeben. Wahrscheinlich, weil Brecht immer neben ihm sitzt mit so einem Messer an der Kehle und sagt, wenn du mir einmal ins Wort fällst, dann... Zufälligerweise habe ich einen Podcast gehört, in dem sie sagen, dass sie erst einmal nebeneinander saßen. Also die machen das gar nicht nebeneinander, sondern halt bestimmt über Discord. Das machen ja viele so. Also auch Fistung Klauschig machen das ja oftmals über Videocall irgendwie. Aber ist ja, wie wir auch gemerkt haben, nicht so geil, weil man sich dann doch eher ins Wort fällt, finde ich, wenn man zusammensitzt. Gerade wenn es minimal Delay gibt und so. Und es ist einfach, dich zu sehen ist auch einfach viel besser, als mit einer Stimme zu hören. Keine Frage. Aber dennoch, Tino, ja. Also für mich ist das so ein bisschen... Ja, nicht unbegründet, aber das fühlt sich halt so ein bisschen wie Prinzip-Hate ein, muss ich sagen. Im Gegenteil. Ich bin da open-minded rangegangen, weil ich auch Markus Lanz ganz unerträglich fand, ne? So, und dann haben wir das dann angehört und dachte, ja, warte mal, also das ist jetzt nicht so. Der ist viel rumgekommen, der hat viele, viele krasse Leute getroffen so und hat aufgrund dessen halt irgendwie... Und hat auch irgendwie, ich weiß nicht, ob er das immer vorliegen hat, aber es wirkt so, als hat er echt krass viele Fakten so im Kopf. Und das fand ich erstmal grundsätzlich gut, so. Ähm, verstehe aber auf der anderen Seite natürlich die Kritik, die man dann an Herr Brecht äußert, dass der im Fach von Corona vielleicht ein bisschen kontroverse Sachen geäußert hat. Ja. Ähm, zum... Also das Einzige, was ich richtig problematisch fand, war dieses, ich weiß auch nicht, wo es herkommt, weil er sich da irgendwie selber widerspricht, dass er sagt, Impfen bei unter Zwölfjährigen, wenn das Immunsystem im Aufbau ist, findet er ganz schlimm. Mhm. So, aber auf der anderen Seite findet er, also ich glaube, er bezieht das nur auf Corona und sagt dann halt irgendwie genmanipuliert, was halt auch irgendwie nicht ganz... Das ist halt ein Schwurbild, Herr Minus. Ja, aber also da muss man halt sagen, das wurde ganz schnell, wurde in diese Ecke da gesteckt und der hat also so viel gegen Querdenker gehatet, will ich fast sagen. Also das ist der definitiv nicht. Er ist vielleicht einfach ein bisschen empfindlich, was die Kinder angeht, weil er hat ja welche. Ähm, aber... Ist aber schuld. Ja, auf jeden Fall. Aber ansonsten muss ich sagen, so ein bisschen, ja, ich habe mir, also es gab diesen einen Podcast, ja, deswegen reden wir hier nur drüber, weil das sind ja unsere Kollegen. Die gucken ja bei uns ab, wie man es richtig macht und jetzt möchte ich sie belehren. Es gab diesen einen Podcast, Ausgabe 9, der halt jetzt von Querdenkern bis Mitteldenkern, sage ich mal, die so kritisch denken, ja. Mitteldenkern. Naja, weil, also das Ding ist, wenn man einfach nur sagt, alle Impfungen ist immer alles geil, gehe ich schon mit, dass man, dass man das vielleicht auch mal hinterfragen kann, so. Ja. Weil es gibt ja Nebenwirkungen, die man zumindest mal abwägen sollte. Ja. So. Schon. Und, ähm, da hat er halt, also aus meiner Sicht war das das Einzige, wo ich gesagt habe, oh Gott, da schlagern mir die Ohren, weil so, äh, zwölfjährige Kinder und so, aber auf der anderen Seite sagt er halt, er ist auch pro, dass Masern halt, äh, hier ist diese Trippelimpfung, die halt Kinder kriegen. Verpflichtend, so. Und hat mir aber auch, ich habe ja eh schon, mit Herr Rodes hatte ich das Gespräch, gesagt, dass ich zwar schon eher pro Impfpflicht bin, nicht Impfzwang, sondern Impfpflicht, und, aber mit einem schlechten Gefühl. Und wurde jetzt da aber nochmal ein Stück weit sensibilisiert dafür, dass das halt, also, vielleicht kannst du ja an einem Beispiel verdeutlichen, es ist ja jetzt, es entspricht ja unserer Meinung, ja. Wenn jetzt irgendwie der Staat sagen würde, was ja gar nicht so abwegig war vor einigen Jahrzehnten, ähm, Fleisch muss in jede Ernährung, so, ja. Ja, und dann heißt es, okay, in der Schule kriegst du halt nur Essen mit Fleisch, oder dann auch später noch in der Uni oder so, und das, das ist vom Staat aus gesagt so. Das ist noch ein softes Ding im Vergleich mit, was sie nicht reinspritzen. Da würdest du auch zumindest dich nicht wohlfühlen bei. Ja. Und dann finde ich, hat mich das zumindest für diese Sicht etwas sensibilisiert, dass man jetzt einfach sagt, hier Impfpflicht, weil das ist meine Meinung und gut ist. Mhm. Aber Leute, die das halt nicht so sehen, die holst du natürlich dann mit nicht ab, sondern schreckst es eher noch mehr ab. Kann ich verstehen. So, und das ist halt die Sache, die da zur Sprache kam, so. Und, ähm, ich, wie gesagt, ich bin immer noch dafür, dass man die Scheiße bekämpft. Ja. Aber die Vorstellung, und was er zum Beispiel auch sagt, es ist was anderes, ob du das bei Kindern halt machst, so, also diese Triple-Impfung, die man halt eh kriegt als Wanst, oder ob jetzt jeder Erwachsene, vollmündige Bürger gesagt bekommt, du musst jetzt so. Mhm. Da ist schon ein Unterschied. Kann schon sein, wirklich. Ja. Aber ich, also, ja, ich bin trotzdem, also, ich bin ja auch jetzt kein Hater so, ich finde auch Sachen von ihm. Das, das verstehe ich halt nicht, weil du und, ich will jetzt gar nicht zu viele Namen nennen, eigentlich nur einen anderen, aber, also, eigentlich ist der ja voll eurer Meinung so. Der hat Kommunisten-Eltern gehabt, seine Mutter ist irgendwie Feministin gewesen. Naja, aber trotzdem hat er manchmal so Sachen geäußert, wo ich sage, hm, da hat er nicht viel nachgedacht. Und ich finde, es wirkt oftmals von ihm so, als wäre es ein Fakt, was er erzählt, weißt du, er ist weniger zurückgestellt und sagt, ich finde das. So mein Gefühl ist, dass er oftmals Sachen sagt, es ist so und es ist bedenklich und das kann er aber als Philosoph nicht. Also, ich glaube, das kann Thorsten sagen, er kann sagen, so ist das und, oder geht mir nicht. Also, wie gesagt, in dem Corona-Thema würde ich jetzt auch keinen Philosophen speziell fragen. Ich finde halt, die Rolle von einem Philosophen ist eher so, die Zusammenhänge von ganz vielen Sachen irgendwie von außen betrachtet und, also, keine Ahnung, im Chat hieß es dann auch, ja, Philosophe, die äußern sich zu Sachen, keine Ahnung zu haben. Das ist ja irgendwo richtig, aber auf der anderen Seite habe ich da trotzdem auch irgendwie, ich habe auch Sufis Welt gelesen, ja. Also, ich bin der Philosophe-Freund. Ach, das, ah ja, stimmt. Nee, also, ich finde das halt schon, hör dir mal, also, pass mal auf. Ich habe einen gehört, ich kenne den Podcast. Nee, nee, ja, ja, aber hör dir mal den Podcast über Amerika an, ja. Jetzt, der neueste, den habe ich nämlich jetzt deswegen extra nochmal gehört, ich wollte da mit einem kritischen Auge ran, ja. Und, ähm, da meine ich ja etwas Ahnung zu haben bei diesem Ganzen, was wäre jetzt auch nächstes Thema, liebe Leute, Überleitung. Ähm, ein Jahr ist es her, dass das Kapitol gestürmt wurde. Genau, genau. Und da bin ich ja wirklich sehr drin in diesem Thema. Mhm. Und da, da habe ich jetzt nichts rausgehört, was irgendwie scheiße ist, was die da sagen. Ja, also, wie gesagt, er hat ganz viele wichtige, richtige Sachen gesagt, der Brecht, aber es gibt eben Sachen, die ich von ihm nicht gut finde. Und ich finde halt manchmal seine Haltung nicht gut, also, wie er es macht und wie er, wie er sich gibt manchmal. Da ist er mir zu, ich bin jetzt der Experte und ich bin jetzt ganz schlau und so, ihr müsst auf mich hören. Das finde ich halt bei ihm unangenehm. In dem Podcast gab es genau ein gegenteiliges Beispiel, da wurde er von irgendeinem amerikanischen Philosophen gelobt und so, uff, 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 äh, so, konnte er nicht so ganz mit umgehen. Aber ist egal, ich will den jetzt auch nicht, ne. Er ist nicht schlecht, er ist, ich finde ihn halt okay, er hat schwierige Aussagen gemacht und ich muss, ich bin jetzt kein Fanboy von dem. Wenn er mir aber nützlich ist und mein Grundeinkommen einführen will, dann bin ich sein bester Freund. Ist ja keine Frage. Und Lanz ist eh schwierig. Der hat mal gute, mal schlechte Phasen. Und ich finde ihn im Podcast fast noch unerträglicher. Echt? Weil er ständig irgendwelche, irgendwelche Name-Dropping betreibt. Ich habe mit dem Papst mal sprechen dürfen und Berge Jackson habe ich getroffen. Ja, egal, keine Ahnung, kann schon sein, dass er es aus Flex macht. Das kann schon sein, dass er es aus Flex macht, weiß ich nicht. Aber trotzdem ist das, also, wenn es halt nicht ausgedacht ist, ist es ja irgendwie, weißt du. Aber es ist auch auffällig, ob er das macht. Ja, dann lass ihn halt flexen. Ich will den auch nicht verteidigen, ich bin auch kein Lanz-Fanboy. Ich war einfach positiv überrascht, dass der nicht ganz so Hurensohn ist wie in seiner Sendung. Ja. So, aber der hat dann halt auch schon das eine oder andere nützliche Insight, wenn es halt real ist. Kann schon sein. Und ich glaube nicht, dass er sich das ausdenkt. Der hat eine Doku gemacht irgendwie oder so einen Beitrag in Amerika und berichtet da halt vor der Armut, die in diesen ganzen Kentuckys und so ist. Die Leute, die dann natürlich Trump wählen. In den Kentucky Fried Chicken Läden, ne? Ja, genau, die. Und das sind halt die allerletzten Leute, die Trump jemals irgendwie privat kennen wollen würde. So, und die Fanboyen dann hinterher und so. Ja, egal. Haben wir jetzt schon zu lange Werbung für die Konkurrenz gemacht. Ja, komm. Erwähnen wir es wenigstens nochmal ausführlich, dass am 6. Januar 2021 das Kapitol gestürmt wurde in Amerika. Da war richtig Party. Und das ist jetzt ein Jahr her. Und man hat ja auch so ein bisschen Trump vorgeworfen, dass er das angezogen, also so ein bisschen, ja, provoziert hat. So diese Riots dort. Und ich habe gelesen, dass Biden einen, nicht in der Regel gebrochen hat, aber so ein bisschen etwas gemacht hat, was man noch nie gemacht hatte. Und zwar hat er seinen Vorgänger kritisiert. Das gab es wohl in der Geschichte noch ganz selten. Ja, das ist immer für die Einigung, weißt du. Du willst dann immer, ne, jetzt auf vergangenen Sachen rumreiten. Ich glaube, das hat sogar einen speziellen Namen, so, aber... Aber was für ein Scheiß, wenn Trump dein Vorgänger ist, weißt du. Ja. Darfst du nichts sagen, ey. Ah, fuck. Ja, nee. Also, finde ich schon vernünftig, das zu machen. Ja, voll, ja. Es war... Das war halt auch so ein... Das war ein interessantes Thema, so. Also, da waren sie sich auch nicht ganz einig. Ich muss jetzt ein letztes Mal das noch ranziehen, weil wir gerade von Amerika reden. Dass die halt immer so... Die hatten eigentlich immer irgendwelche Kriege. Die hatten so Vietnamkrieg, weißt du. Die hatten irgendwas immer. So ein Feind, der natürlich eint. Und weil dieses Land ja so ist auf... Ja, ja, wir brauchen alle Waffen und wir müssen uns beschützen und so. Ist da halt so eine Grund... Ich will es nicht Aggression nennen, aber halt so eine Haltung. So eine Antihaltung. Und wenn du keinen Krieg hast, nach außen, dann richtet sich das halt eher nach innen. Und das ist vielleicht gerade, was da passiert. Ah, spannend. Ja. Weil die vergangenen Jahrzehnte haben ja auch gezeigt, es ist jetzt gar nicht mehr so geil, irgendwie 20 Jahre in Afghanistan zu sein. Ist ja nicht mehr so beliebt. Überraschung, ja. Und je moderner die Welt wird so, desto eher ist es auch nicht so, dass wir einfach irgendwo einreiten, ja. Vielleicht wird demnächst eingeritten, denn in Dings... Ja, dieses Land da. Grönland. Da wurde jetzt verboten, Öl zu fördern und danach zu suchen. Also vielleicht wird da jetzt einfach mal demnächst eingerissen. Also der große Krieg gegen Grönland, was natürlich nicht passieren wird, weil Grönland ist ein Teil von Dänemark und... Mit Dänemark gibt sich keine Ankommen. Die sind halt in der NATO und das ist schwierig, glaube ich. Aber vielleicht sagt dann plötzlich China, hey, ihr Schweine, wir kommen rum. Oder Russland kommt dann und sagt, warte mal, ihr habt da so eine Halbinsel, die gehört eigentlich uns. Das sind so russisch-abstämmliche Leute, die wollen wir gerade mal beschützen. Ich habe einen spannenden Beitrag gesehen über diese Riots, wo ein Teilnehmer der Demonstration auch gesagt hat, es gibt zwei Möglichkeiten, 100 Jahre in den Geschichtsbüchern, entweder werden sie schreiben, dass ein paar wahnsinnige Rassisten und Right-Wing-Leute und Trump-Supporter die Demokratie stürzen wollten oder sie werden schreiben, dass patriotische Freiheitskämpfer ihre Demokratie zurückerobern wollten. Das fand ich einen ziemlich spannenden Satz, weil das stimmt. Weil man kann das ja beide Seiten irgendwie framen. Je nachdem, wer da gerade an der Macht ist und was gerade so en vogue ist, ob man da sich Hakenkreuze tätowiert oder ob man da eher so links ist, wird eine spannende Zeit werden, wie man in 50 Jahren darauf blicken wird. Erleben wir vielleicht noch. Der Gewinner schreibt die Geschichte, dies, das, ne? True. Und das fand ich von so einem Right-Wing-Typen relativ reflektiert. Fand ich überraschend. Dass er Kraft hat, dass es halt nicht nur Schwarz-Weiß gibt, sondern dass man auch irgendwie gucken muss, so wäre es, also er hat die Mechanismen so ein bisschen verstanden von Geschichtsbüchern. Ja. Jetzt haben wir aber viel schon wieder über Politik und Scheiße geredet. Hast du denn mal so richtig hier so ein... Das Baby von Helene Fischer. Genau sowas. Sowas, was du dann immer ganz oben hast und ich gar nicht mitbekomme. Ich hab's nicht ganz oben, aber so mittendrin... Ist das singend aus der Scheide geflutscht? Atemlos! Atemlos, weil die Vagina den Hals zuschnürt. Frau Fischer, durchatmen, durchatmen. Nee, ich bin atemlos! Ja, kann man viele Witze machen. Jedenfalls ist das Kind jetzt da und sie will aber nächstes Jahr wieder auf Tour gehen. Spannend. Mit dem Kind dann schon? Garantiert. Das war auch mit Tanzen, hat auch schon ein eigenes Album aufgenommen. Ja. Im Kreißsaal, genau. Und ich weiß gar nicht, wie das heißt. Gibt's doch schon irgendwelche Infos? Ich wette, das Geschrei von dem Kind auf Beat wäre für mich angenehmer als Helene Fischer-Musik. Die kann nicht so schlecht singen, finde ich jetzt. Ja, ach komm, also dieser Wett-und-das-Auftritt... Ein Mädchen ist es. Unangenehm, ey. Ich kenne den Text nicht so gut. Ganz falsch. Das ist kein Name, aber es ist ein Mädchen und ich bin jetzt kein Fanboy von ihr. Aber ich muss sagen, aus Sicht eines Theatermenschen und einer Person, die sich so ein bisschen sich auch mal mit Musik beschäftigt hat, die ist schon nicht schlecht. Was hast du dich mit Musik beschäftigt? Ich habe mal für irgendwas was gemacht. Für irgendwas was gemacht? Ich habe auch Musicals gespielt, ja. Und sie ist sehr vielseitig. Wenn du dir mal so Live-Konzerte anguckst von ihr und ich habe mal mit meiner Mom so alles angeguckt auf DVD an dem Geburtstag und die zieht sich ständig um, die tanzt, die springt, singt live dabei, weißt du, und versemmelt auch keinen Ton. Man kann sagen, dass man die Stimme nicht gut findet. Ja, ich finde jetzt ihre Stimme auch nicht die beste, aber sie singt technisch sehr, sehr gut. Ist vielseitig, schreibt die Songs auch nicht alle selber, aber ist auch egal, machen ja auch nicht alle. Elvis hat auch nie einen Song geschrieben. What about this? Macht es nicht besser. Nein. Trotzdem finde ich, was sie halt leistet so, ja. Manche Bands wie die Foo Fighters oder so, geht zu. Das ist ja literally nur Werbung auf dieser Seite. Ja, wie die Foo Fighters, ja. Die nehmen auch irgendwie dreistellige Beträge für Konzerte teilweise, obwohl die halt nur zu fünf auf der Bühne stehen und ihre Gitarren da kloppen. Und die macht halt wenig... Ich glaube, du hast gerade ganz viele Leute vor den Kopf gestoßen. Ich mag Foo Fighters, aber die... Lass die doch mal in Ruhe sein, ein Freund hat sich erschossen. Achso, ja, von mir aus. Ist mir egal. Nee, ist mir nicht egal. Sie weint jetzt wegen dir. Sondern, dass ich nicht auch eine Flinte ins Korn schieße. Nee, aber ich finde halt, dass die halt wirklich echt eine große Show macht. Das muss man ihr auch irgendwie zugute heißen. Finde ich jetzt. Ja, ey, super geil. Helene Fischer, einfach genau mein Ding, Alter. Man kann sagen, dass man sie nicht mag und dass sie Musik doof ist, aber ich finde, technisch gesehen, sie ist eine gute Schauspielerin. Die hat mal mit, wer war das denn, Martina Hillen ein Sketch gemacht. Die kann auch schauspielen. Alter. Die hat ja auch eine Musical-Ausbildung gemacht. Also ich finde sie echt... Sie ist ein Profi. Ja? Auch wenn ich sie nicht gerne höre, aber sie ist ein Profi. Okay. Und ich gönne ihr ihren Erfolg. Hm. Andrea Berg zum Beispiel, ja? Ja. Die große Konkurrentin. Die steht auf der Bühne, wie steif, macht ganz komische Bewegungen, singt ganz leiser. Die hat diese Blenderei halt nicht nötig. Im Gegenteil. Ich kenn die nicht mal. Sie müsste mal blenden. Andrea Berg ist halt auch wieder so ein Name. Also gut, da weiß ich, dass die Musik macht so, aber ich hab kein Gesicht im Kopf. Ich weiß gar nichts über die. Na, die hat diesen Song gesungen. Die Gefühle haben Schweigepflicht und so. Jedenfalls macht sie sehr simple Musik. Helene Fischer sollte Schweigepflicht haben. Ne, sie macht sehr simple Musik und macht keine große Bühnenschau. Also ich finde sie nicht so spektakulär. Und die ist nicht so entertaining wie Fischer zum Beispiel. Meine Meinung. Aber ich bin jetzt von beiden jetzt auch kein Fan. Okay. Genug Schlager. Tut mir leid. Das musste ich ganz kurz anschneiden. Schlagerfrauen schlagen. Ja. Ist mein Motto 2022. Was noch viral ging, ist der Papst. Der Papst. Hat der Corona? Nicht ganz. Schade. Der hat. Ne, warte mal. Der Papst ist ja gut. Der ist ja für eure Leute hier. Der ist ja auch auf Grindr. Naja, geht so. Echt? Der widerspricht sich ständig. Er hat jetzt wohl gesagt, er hat kritisiert, dass Menschen heutzutage viel lieber Tiere adoptieren, wie Katzen und Hunde, als Kinder zu zeugen. Dass die Menschen mehr Kinder machen sollen. Und da sagt der, der ist 85, hat noch nicht einmal gefickt in seinem Leben wahrscheinlich und hat auch keine Kinder. Weißt du, das ist auch heuchlerisch hoch 10. Das ging gerade sehr viral. Und auch ich ging viral dabei. Oha. Und ich habe auf Facebook. Wieder, ich wusste, es ist ein Facebook-Kommentar. Ich habe ein Facebook-Kommentar. Du hast ganz viele Likes bekommen. Lass mich raten, dann gab es ganz viele Leute, die dir Hate-Nachrichten geschrieben haben und jetzt hast du wieder eine Anzeige gemacht. Nein, im Gegenteil. Okay. Es gab nur Lob für mich. Okay, gut. Ich habe bei der Tagesschau auf Facebook halt kommentiert, ja, seine Kinder sind bestimmt stolz auf ihn oder so in der Art. Es gab vier, also stand jetzt 4.500 Likes auf diesen Kommentaren und Kommentare, jawohl, made my day, Kommentar des Tages und so und fast keiner, der gegen mich war. Schön. Facebook ist eine Community der Liebe geworden. Durch meinen Kommentaren. Ja, das Christentum zu bashen, das ist aber auch Volkssport geworden. Also das macht ja auch Spaß und da macht ja jeder mit. Aber da muss ich dir doch ein klein wenig Salz in die Suppe streuen. Lecker. Ich muss es trotzdem einmal betonen. Denn das ist dann so ein Trugschluss, meiner Meinung nach und auch, also faktisch. Ein Heuchler, der das Richtige sagt, ist ja immer noch besser als jemand, der das nicht macht. Weißt du? Naja, wer macht ja auch keine Kinder? Also mir ist das egal so, fuck auf Kinder, wir sind genug Leute, aber ich meine jetzt prinzipiell, wenn man zum Beispiel, wenn man den ganzen Tag nur mit dem Flugzeug hin und her fliegt, aber sagt, wir müssen die Umwelt schützen, ist das immer noch besser als jemand, der den ganzen Tag mit dem Flugzeug hin und her fährt und das nicht sagt. Aber innerhalb der Gesellschaft wird das halt als Heuchler viel schlimmer dargestellt. Eigentlich finde ich Heuchler schlimmer. Die halt behaupten. Ich weiß, dass das so ist. Die fahren zu einem irgendwelchen Umweltgipfel mit einem SUV. Ja, ja, das finden alle so. Das ist ja auch so. Aber trotzdem ist die Message ja noch richtig. Ja, aber trotzdem kann man die nicht ernst nehmen, wenn er das selber nicht umsetzt. Das ist wie wenn Hitler sagt, wenn Hitler kommt und sagt, ich bin vor Religionsfreiheit und so und wir müssen das Judentum schützen, aber im Weg, man vergastet halt irgendwie Millionen, weißt du. Das kannst du auch nicht sagen, wenn er nicht heucheln würde. Ja, aber guck mal, hätte Hitler das gesagt, wäre es vielleicht nicht zu dieser Dynamik gekommen und hätte vielleicht nicht so viele Supporter gehabt. Der hat ja nicht selber die Juden alle umgebracht. Das waren ja die Leute, die aufgrund einer Ideologie, egal, wird jetzt schon wieder Hitler vergleichen. Der virale Hitler. Ja, gibt es den viralen Hitler diese Woche? Ich würde den sonst verteilen. Ich überlege gerade, also ich habe jetzt hier gerade keinen viralen Hitler gesehen. Na, dann gebe ich den an Jason Derulo. Auch hier weiß ich, dass der Musik macht, da hört es dann auch rauf. Der wurde an einem Flughafen als Ascher bezeichnet. Ach der, ja, ich habe es gesehen. Hast du gesehen und dann hat der den verprügelt. Mit Recht. Ja. Wenn ich mich mit Ascher verwechseln würde, würde ich auch sagen, Alter, auf die Schnauze. Ohne Spaß. Da hilft nichts, Alter. Das ist einfach nur aufs Maul. Das ist, als würde ich durch die Welt gehen und irgendwie mit The Rock verglichen werden. Also guck dir den nochmal an, im Vergleich zu mir. Ich weiß nicht, wie der andere jetzt aussieht, dieser komische Sänger da, aber keine Ahnung, wie das zustande kam. Ascher, Ascher. Mehr weiß ich auch nicht von dem. Da gibt es diesen einen Song, wo Ascher, Ascher gesagt wird. Yeah, yeah. Da, da, da. Und so. Ich kann mir vorstellen, dass das schon wieder rassistisch ist. Die sind bestimmt beide... Gucke mal. Ich will es nicht sagen. Ascher. Die sind beide schwarz. Das wird ja wohl klar sein, sonst gäbe es die Verwechslung ja auch nicht. Na, das war, glaube ich, keine Verwechslung. Das war mehr so ein Diss, glaube ich. Echt? Ja, beim falschen Namen genannt. Bekannter Künstler rastet aus. Als wenn es jetzt irgendwie ein Diss war, ja. Irgendwie alle Schwarzen sehen gleich aus. Ist das dumm? Nee, nee, nee. Ein Diss ist von wegen, weil Ascher halt ein beschlechterer Musiker ist. Das meine ich. Ach so. Du gleich hier wieder mit deiner Critical Race Theory. Ja, es kann ja sein. Es kann ja sein. Jason Derulo verprügelt. Ich war auch letztens bei ihm in dem Video dabei, wo auch einige geschrieben haben, ach du Rian ist ja zurück und so. Echt? Ja. Ja, aber wahrscheinlich auch eher ironisch gemeint. Aber das hat mich auch beleidigt. Da hast du auch hier mit der Ader gekriegt. Voll, ja. Du bist ja direkt in den Bildschirm lang. Ja, voll. Muss ich mal überlegen, weil so. Wenn ich zum Beispiel. Wie Ascher. Das ist Jason Derulo jetzt hier. Das sieht eher aus wie so ein anderer Musiker, den ich gerade nicht kenne. Falco. Genau. Stephen Hawking. Wie bin ich denn da jetzt hingekommen? Ich habe nur hier, egal. Also Ascher und Stephen Hawking, da kann man schon mal Verwechslungen, ja. Das wäre schon witzig, Alter. Autogrammstunde, Jason Derulo. Ey, Stephen Hawking, was geht? Ich wurde mal von einem Freundeskreis gefragt, wer mich denn verfilmt, wenn mein Leben verfilmt wird, wer mich spielen soll. Da habe ich aus Spaß Morgen Freeman gesagt. Und da wurde mir auch Rassismus vorgeworfen. Die sollten alle bei ihrer Schnauze halten. Ja, es geht ganz schnell. Okay. Manchmal auch mit Recht, aber da dachte ich mir, komm, es war jetzt ein Gag, weil er mir einfach nicht ähnlich sieht. Ja. Warum auch immer. Was auch einem YouTuber oder Streamer nicht ähnlich sah, ist, Montana Black hat sich von Impfgegnern distanziert. Oha. Er hat bisher immer gesagt, es ist mir egal, es ist eure Freiheit. Aber jetzt gibt es einen Clip, wo er sagt, wenn ihr gegen das Impfen seid, ja, dann verpisst euch, kommt nicht wieder. Und wenn ihr irgendwie, wenn ihr krank seid und ihr könnt euch nicht impfen lassen. Digi, verstehe ich, kann nicht fühlen, nicht so schlimm. Aber wenn ihr denkt, dass euch irgendwer impfen will, um euch Chips einzupflanzen, dann verpisst euch von meinem Stream. Da dachte ich, krasses Statement. Naja, eigentlich nicht. Also ja, für ihn, aber zumindest dieses Chip-Ding dumm zu finden, ist jetzt nicht kontrovers. Aber auch Impfgegner irgendwie dann so abzuwehren in seinem Stream, finde ich krass, weil es ja so ein bisschen der Helene Fischer, der Livestreaming-Community. Pass auf, nicht, dass Helene Fischer dich jetzt verbrüht. Ja, das kann passieren. Die weiß ich auch oftmals, sich nicht äußert gegen so politischen Themen, weil sie eben, ich will Unterhaltung machen und ich bin für alle da und so. Und er ist ja ähnlich, so. Ich halte mich da raus, ich bin nur unterhalten und will halt die ganzen Kinder da abzocken mit ihren, mit meinen komischen Online-Casino-Webdeals. Aber jetzt, dass er sich mal so äußert und eine Haltung hat, finde ich gut. Der arme Montana, wenn jetzt tausend Zuschauer weniger sind, das macht einen richtigen Knick in seinen Einkommen. Naja, aber wenn es schon so viele sind. Ich meine, ich glaube, er zieht schon viele an, die eher impfkritisch sind auch. Es gibt so YouTuber wahrscheinlich wie Rezo zum Beispiel oder so, die haben wahrscheinlich mehr Leute, die Impfen gut finden, weil er sich ja auch viel positioniert gegen Impfgegner. Aber da ja Montana Black, jetzt eher so die, die sind... Ja, jetzt sag's mal, sag's mal, ja. Die einfachen Leute anspricht, ja, die vielleicht nicht so sich interessieren für Politik und für Wissenschaft, dass er auch eher Menschen anzieht, die jetzt impfkritisch sind. Das ist jetzt meine These, die man gerne widerlegen kann, die auch nicht stimmen muss, aber das ist mein Gefühl. Deswegen finde ich sein Statement nochmal ein bisschen krasser. Ich finde das richtig gemein von dir, dass du hier unterstellst, dass Montana Black nicht Akademiker-Zuschauer hat. Hat er auch, aber ich sag jetzt so im großen Teil. Ich meine, auch bei ihm letztens, ja, also er hatte auch so einen Kommentar, wo drin stand, ich bin zwar AfD-Wähler, aber euer Video mochte ich trotzdem, obwohl es ja gegen die AfD war. Das ist so, manchmal sind so Leute mehr verhaftet bei gewissen Leuten. Und es ist, kann verschiedene Gründe haben. Okay, also Impat quasi nur rechte Trommel. Nein, aber er weiß es selber, dass er manchmal auch irgendwelche rechten Fans hat. So, das weiß er. Da haben wir schon viel drüber gesprochen, wie man damit umgehen könnte, so. Es ist aber nicht so einfach. Und ich kann's verstehen. Es ist nicht so leicht, gebe ich drauf einen Scheiß. Genau, Scheiße. Man kann sich seine Fans nicht aussuchen, nicht immer. Oh. Man kann so ein bisschen das beeinflussen, wenn man so ein bisschen, also ich werde wahrscheinlich keine rechten Fans haben, kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich überhaupt Fans habe. Also, ich bin ein Fan von dir. Also, ich bin auch ein rechten Fan. Ja. Das fand ich eine gute Meldung. Da hab ich mich gefreut. Ich hab noch eine gute Meldung, Tino. Wenn wir hier gerade so bei dieser Uplifting-Scheiße sind, ja. Wenn du hier schon wieder dieses Blümchen und Teddybären reinbringen willst in diese düstere Welt, was untersteht dich. Eine südafrikanische Wissenschaftlerin scheint jetzt das Mysterium um Long-Covid gelöst zu haben. Ich kann dir jetzt versuchen, dir diesen Originalauszug autark zu übersetzen. Die ist bezahlt, die Frau, die ist bezahlt. Ne, pass mal auf, weil, bla, eine Analyse, aha, mhm. So, das sind entzündbare Moleküle, die gefangen sind in den Mikroklotz, ja. Verstehe. Bei Long-Covid-Patienten, so. So, das verhindert nämlich den Breakdown der Klotz. Mhm. Also, dass die abgebaut werden, die, was heißt denn Klotz, die Klöten, so. Ja, die Klöten, ja. So, deswegen sind die Zellen in den Körperschichten, scheiße, Tissues, ja, in der, ne? Schicht? Naja, in diesem, hm, 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 so. Die kriegen nicht genug Luft, also Sauerstoff, um ihre normalen körperlichen Funktionen ordentlich auszufügen. Auszufügen. So, das nennt man Cellular Hypoxia. Das weiß man doch. So. Klar. Was auch immer, also sie hat das jetzt herausgefunden und wahrscheinlich kann man das dann halt bekämpfen, weil das wäre doch schon mal schön. Diese Long-Covid-Fälle da. Ja. Die dauerhaft so klingen wie ich zur Zeit, weil ich meinen Inhalator aufgebraucht habe und es einfach kalt draußen ist und meine Lunge dann sagt, hey, fick dich. Aber hast du einen Inhalator? Na, nicht so ein Notfallding, ich habe immer so ein regelmäßiges, aber ist vielleicht auch nicht so schlecht, wenn ich permanent nicht Cortison in mich reinpumpe. Ja, tu. Aber ja, jetzt merke ich es halt gerade wieder, weil es einfach draußen kälter wird. Da macht die Lunge den Arsch hoch. Aber schön, dass sie da jetzt aktiv werden und dass da Dinge passieren. Ich meine, nach zwei Jahren Pandemie ist es ja auch mal schön, dass man auch Erkenntnisse hat. So über die ganze Geschichte. Meine Erkenntnis war ja auch durch Instagram sehr gut, die Leute denken nicht, dass 2023 das vorbei ist mit Corona. Vorbei nicht. Aber ich glaube, dass das Omikron... Ich habe eine Umfrage gemacht. Das Omikron ist, glaube ich, eine Kehrtwende. Ich habe jetzt von vielen Seiten gehört, auch von Drosten und so Gekulé, die gesagt haben, dass Omikron zwar wesentlich sich schneller verbreitet, aber wesentlich weniger tödlich verläuft. Ja, das ist richtig. Aber wenn du das hochrechnest, sind es ja trotzdem mehr Tote. Bestimmt. Aber trotzdem kann man da irgendwie besser dagegen vorgehen. Und die hoffen, dass halt noch mehr Varianten so in der Art sind. Und dass es immer mehr abschwächt. Ja, ich sage mal so, es wird wahrscheinlich für eine Durchseuchung sorgen, die in dieser Form weniger Opfer bringt, als wenn es eine andere Variante wäre mit Durchseuchung. Aber ob es dann vorbei vorbei ist, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube schon, dass wir spätestens in einem Jahr dann auch nochmal reinboostern, beziehungsweise dann halt jedes Jahr einmal Corona. Ja, mindestens einmal. Ich glaube sogar, dass man sich jährlich zweimal impfen lassen muss. Aber ich glaube auch, das war ein spannender Gedanke, hat mir ein Bekannter erzählt, dass es für einen Virus ja auch dumm ist, seine Wirte umzubringen. Und deswegen versuchen manche Viren, sich so zu verändern, dass sie weniger tödlich sind, weißt du? Und das ist ja eigentlich voll smart. Auf die Idee kam ich gar nicht, aber so ist es offensichtlich. Ja, dieses Virus ist nämlich ein Zuschauer von Montana Black. Das ist nämlich sehr clever. Und langfristig kann das ja bedeuten, dass es ja immer harmloser wird. True. Hoffen wir es. Ich denke auch, dass wir noch so zwei, drei Jahre damit auf jeden Fall ein bisschen kämpfen müssen. Aber dass es immer jetzt ausschleicht. Es wird nicht so einen Tag X geben, wie man es anfangs dachte. Jetzt sind alle geimpft, alles ist vorbei. Es wird ja so ausschleichen und dann gibt es keine Maskenpflicht mehr. Und dann gibt es das nicht mehr. Und so Impfpflicht wird auch wieder wegfallen. Und dann ist es, glaube ich, irgendwann gegessen. Ja. Hoffentlich. Ach, die Leute, die wegen den Masken rumheulen. Ich sag's, das ist ein richtiger Beta-Move. Alter, da muss man das Sigma-Grindset fahren. Einfach drauf scheißen. Besser als ein Bela-Move. Oha, okay. Nicht besser. Was hat der gemacht? Eigentlich ist Bela-Move besser. Bela B ist jetzt am Sonntag, wenn ihr hört, heute Abend im Polizeiruf zu sehen. Das ist ein Bela-Move. Ein Bela-Move. Also Bela B wird quasi als Nebencharacter auftreten. Er spielt einen Straßenmusiker, der in einen Mordfall verwickelt ist. Oh. Deswegen heute Abend einschalten. Ich glaube, ARD oder ZDF. ARD, glaube ich. Polizeiruf mit Bela B. Hat er zufällig Epo als Feature dabei? Weiß ich nicht. Gar nicht hängen geblieben bei dir, weil das so scheiße ist. Ja, was ist das? Na, kennst du echt nicht, ja? Das ist ein Song auf dem Album. Na und? Was soll's? Ach das. Musik ist, Alter, als Kapitalismus. Ich hab vergessen, wie dieses Feature... Epo, sagst du doch im Feature. Ist doch so geil. Hab ich vergessen. Ich hab den Song nicht so oft gehört. Frauenpower. Ich finde auch das dunkle... Konani-Power. Ja, die ist bestimmt cool. Ich bin jetzt kein Fan von der. Aber ich fand halt dunkel eh nicht so toll. Also ich hab tatsächlich... Gestern war ich ja hier auf meinem geilen 2G-Event. Alter, hab ich mich richtig fett gegentesten lassen. Und dann hab ich erstmal Mucke eingeworfen. Ich rede von Skatehalle, Gota. Und da hab ich tatsächlich dreimal hintereinander Polyester gehört. Oh, und? Das ist einfach ein geiler Song. Sag ich doch. Ne, hä, das hat er auch von Anfang an gesagt. Echt? Aber das ist jetzt nochmal... Aber das ist jetzt nochmal... Ne, ich glaub, wir fanden den beide gut. Okay. Aber für mich ist... Also ich hab halt so random irgendwelche Lieder gesehen. Und dann wurden mir halt ein paar Ärzte-Songs vorgeschlagen. Und dann dachte ich, Polyester, ich krieg richtig Bock grad. Geil, ja, geil. So, und das ist schon... Also das ist schon ein Knuller. Hast du gesehen, du hast gestern in die Wohlfühl-Oase einen Link geschickt. Eines barocken Opernsängers. Der hat einen Ballermann-Song gekauft. Ja, saufen, morgens, mittags, abends. Ich hab mir den Link nicht angeguckt, weil ich dich hasse. Nein, ich war einfach, glaub ich, noch unterwegs oder so. Ja. Hab dann hier auf diesem Platz sitzen, gestern Nacht, wollte ich grad anfangen mit zocken, hab ich nochmal YouTube kurz aufgemacht. Da war das auf meiner Startseite. Gruselig, ja? Ja. Gruselig. Da hab ich's mir nicht angehört. Es ist witzig, oder? Ja. Ich erkenne zwar den Original-Song nicht mehr. Was ich ein bisschen schade finde, aber sonst ist geil. Aber es ist wirklich morgens, mittags, abends, ich muss saufen. Ja, ja. Echt? Ich dachte, es ist ein anderer Song. Der Hahn muss laufen. Na gut, kenn ich jetzt nicht so direkt. Nicht so gut. Was auch nicht so gut ist, was, äh, das ist, was Prinz Andrew mit seinen Sexopfern gemacht hat, ja? Mhm. Nämlich, äh, Unzüchtigkeiten ohne Konsent. Ohne Kondom? Vielleicht auch das. Da gab's ja, also reichhaltig, ja. Ich hab mir auch jetzt das Interview nochmal angeguckt. Es ist so fucking geil. Ja, das Problem ist, ich kann das nicht gewesen sein, denn ich schwitze nicht. Es ist so witzig. Prinz Andrew, ja, der Darling, der Royal Family und, ähm, die Queen weigert sich jetzt für seinen Scheiß zu bezahlen. Der ist ja jetzt hier richtig in der Bredouille. Oh, oh. Der muss ja jetzt hier so einen, so einen Gerichtskampf, äh, ausfechten. Und sie bezahlt nicht. Und da ist mir erst mal klar geworden, dass der selber gar nicht so, der ist gar nicht so der, der Rich Boy, weißt du, der ist ja mehr so ein, so ein Parasit, der, also gut, die ganze Familie ist eher so ein Parasit. Weil Royalty im 21. Jahrhundert, äh, aber, ähm, es heißt jetzt, er soll sein, warte, wie heißt das Ding? Es ist ein Chalet. Ein was? Chalet. Das ist so ein komisches, wie, wie in den Hamptons oder in den Alpen oder so, sollt diese, diese Holzhütten, aber ganz groß. Ah, ja. Was soll der jetzt verkaufen, um seinen Scheiß, seine Gerichtskosten zu zahlen? Also, der Arme. Also, er gehört zu den Leuten, die halt so Kinder, Kinder oder junge Frauen missbraucht haben sollen. Epstein, Epstein, diese ganze Sippe hier, Maxwell hier, die war ja letzte Woche verurteilt worden und gegen ihn läuft das gerade noch so ein bisschen, er ist auch so ein bisschen der, der Fall Guy. Weil da gibt's ja eigentlich garantiert noch 200 andere Leute, von denen wir noch gar nichts wissen, die da auch Kunde waren, ja. Wer weiß wer, ja, das kann jeder gewesen sein. Günter Jauch, Kalb Pflaume, der weiß es schon. Es ist ja auch, bei vielen Leuten ist es ja auch bestätigt, dass ein Bill Gates, nicht Bill Gates, Bill Clinton und ein Trump, dass die auch alle mal in diesem, hier, wie heißt der, Jungfrauenflieger, dieses Flugzeug von Epstein, der hat ja auch so einen Namen. Die saßen dann mit drin dabei. Und auf den Virgin Islands und so. Also, ist das der Vorwurf, die wussten davon, Clinton und Trump, oder haben die auch aktiv mitgefickt? Also, die saßen in diesem Flugzeug. Gegen Trump gibt's auch unabhängig davon ja, ich glaube, 13 Vergewaltigungsfälle, die da immer wieder abgeschmettert wurden, weil er halt reich und mächtig ist. Ähm, bestätigt ist es halt nicht. Das ist ja für mich der große Skandal, dass es jetzt kritisiert Ghislaine Maxwell, also die Frau von Epstein, die wird in den Knast geschickt und dann ist das Thema durch. Aber eigentlich müsste man halt sagen, hier, du Sau, du kriegst halt jetzt 30 Jahre weniger, wenn du uns alle Namen nennst, so. Ja, stimmt. Aber das passiert halt nicht, weil die halt reich und mächtig sind. Ja, weil sonst würde sie wahrscheinlich keinen Tag aushalten draußen. Dann wäre sie plötzlich ganz unglücklich und würde urplötzlich an einem Strick hängen in einer Zelle, die extra dafür da ist, das nicht zu haben. Oder auf einer Matratze angezündet werden, so. Kennt man. Ganz spontan. Das ist dieser, diese Schlafparalysis-Dämon. Ja, kenn ich, kenn ich sehr gut, leider, ja. Ähm, die zünden halt manchmal auch Leute an, das passiert. Ist dann kein Traum mehr. Ja. Du, hast du vom James-Webb-Teleskop gehört? Ich hab das das letzte Mal auch mit Herr Hodes hier angesprochen. Und, äh, der hat's auch nur gelesen. Naja, dass die jetzt, äh, als Ende des Weltalls gucken wollen. Die wollen, ja, die irgend sowas wollen die machen. Das, das Sun-Shield, ja, der Sonnenschild ist jetzt erfolgreich aufgebaut. Was auch immer das wieder heißt. Ich hab immer, zu diesem Teleskop, das ist super wichtig und wird uns ganz tolle Bilder bestimmt liefern. Ja. Aber genau das weiß ich nicht. Ich lese dann immer die Überschriften und denke, ah, okay, hm. Es ist eh viel passiert, ja. Dieses komische Dinosaurier-Embryo, was sie gefunden haben, so, so voll gut erhalten in dem Ei, hab ich gelesen. Und jetzt wollen sie halt ans Ende des Universums gucken. Es passiert gerade wissenschaftlich sehr viel. Ein Ei? Auch neben Corona, ja. Im Eis eingefroren, oder wo kommt dieses Ei? Irgendwie gab's so ein Dinosaurier-Embryo. Warte, ich mach mal jetzt hier. Dinosaurier-Embryo. Maria-Embryo. Maria-Embryo, sehr witzig. Ich google noch, ich mach's mal. Ja, da hab ich auch sehr viel gelesen in die Richtung, da gibt's immer so Frage-Threads und da heißt es dann, ja, was würde denn eigentlich passieren, wenn es wirklich Außerirdische gäbe, die auf die Erde kommen würden? Mhm. Und top Antwort ist, und da geh ich mit, ja, wir würden versuchen, die zu bumsen. Ja. Und genau so seh ich das hier mit diesem, mit diesem Dinosaurier-Embryo. Guck mal, voll krass, oder? Wenn das wirklich genau so ist. Also, du könntest es ausgesehen haben. Ach so, ja. Ja, hier da ist. Toll. Also, das ist voll krass. Das kann man nicht mehr ficken, das sind ja einfach nur noch Knochen. Aber siehst du halt, du kannst halt Rückschlüsse ziehen darauf, dass sie halt, dass es Flügel hatte und dass sie halt mehr von Vögeln kommen und nicht von Vögeln kommen, als von, äh, Reptilien. Echt, echt spannend. Geil. Und auch der Film Don't Look Up ist gerade sehr groß. Den haben wir letzte Folge tatsächlich ausführlich besprochen. Ja, ich hab ihn noch nicht gesehen, aber er soll sehr spannend sein. Auch, er wird auch kritisiert, weil er irgendwie ableistisch ist, keine Ahnung, aber man darf sehr gespannt sein. Also, ich hab das übrigens auch gesagt und wurde dann berichtigt, dass es ableistisch ist, weil von able sein, aber warum soll denn das sein? Ich kenne den Film nicht. Vielleicht hat es sich gar nicht hängen, also gibt es da einen Behinderten? Keine Ahnung, ich werde es mir angucken, heute vielleicht noch, mal gucken. Also, ich bin tatsächlich sehr erstaunt, dass er doch so ein krasser Hype geworden ist. Mhm. Also, gut, Leonardo DiCaprio spielt mit und so, aber... Das ist eine Star-Besetzung und ein Thema, was voll aktuell ist. Ja. Ich find den ja auch gut, aber ich hab auch letzte Folge schon gesagt, der wirkt für mich halt so ein bisschen nach so einem TV-Film, so von der Kamera irgendwie. Ah, okay. Das hast du ja bewusst gemacht, dachte ich. Da gibt's auch so Szenen, wie sie auch so in TV-Shows sitzen. Ja, das meine ich aber nicht. Ich meine, nicht ein In-der-TV-Show-Film, sondern ein Film direkt fürs Fernsehen produziert, der einfach ein bisschen billig wirkt. Die mussten irgendwo sparen, wenn die DiCaprio da 10 Millionen pro Filmminute zahlen müssen. Wird nicht reichen. Ja, ist halt wirklich so. Also, ich glaube, zwei Drittel ist alleine für die Gagen draufgegangen. Heavy. Das brauchen die eigentlich gar nicht mehr. Hätte ich auf dem Konto 100 Millionen Euro, Dollar, dann würde ich sagen, hier, zahlt mir einen symbolischen Beitrag von 10 Euro am Drehtag und dann könnt ihr den Rest irgendwie investieren in geile Technik und so. Auch hierzu, ja, Herr Precht geäußert, genau in diesem Podcast, den ich da gehört habe, da ging es nämlich auch darum, ja, wieso ist das denn so? Da soll jetzt, da hat da Markus Lanz gesagt, das wusste ich auch noch nicht, dass da jetzt Ende des Jahres wurden ganz viele Aktienpakete verkauft von den ganzen großen Googles, ABC, blablabla, ähm, ABC, Alphabet meine ich, ähm, und da ist die große Vermutung, dass das gemacht wird, weil unter Joe Biden eine neue Steuerreform kommen soll, dass wirklich die Superreichen halt einfach ein bisschen mehr zahlen und dadurch, dass die halt jetzt diese Steuerpakete verkauft haben, haben die sich, und dann wurde es ausgerechnet, ich glaube, wer war es, Jeff Bezos oder so, nee, Mark Zuckerberg war es in dem Fall, dass der irgendwie 300, bla, Millionen dadurch an Steuern spart, wenn er das jetzt macht, so. Und dann kam halt die Frage auf, warum machst du das denn, wenn du halt zigfahrer Milliardär bist, warum hast du es nötig, diesen Move jetzt zu machen, der natürlich legal ist, aber halt, ne, erstens vielleicht ein bisschen komisch und zweitens einfach nicht nötig, warum machst du das? Und dann kommt es halt auf, dass du halt einfach dieses, dieses Raubtier-Grindset haben musst, um, um dorthin zu gehen, deswegen, ich will jetzt nicht sagen, die ganzen Reichen sind halt alle Assis, aber, dass du halt erst mal dieses Mindset haben musst, ja, scheißegal, also, du kannst ja, ich nehme als positives Beispiel, Shaquille O'Neal hat zu Weihnachten über 1000 Playstation 5s und Nintendo Switches und so an Kinder verschenkt, ja. Theoretisch könnte jeder Billionär zu Weihnachten fucking Santa Claus sein, ja, aber macht halt keiner. Es gibt ganz viele Leute, die irgendwie neben ihrer Bude quasi das Elend genau vor der Tür haben, aber es ist denen halt egal, so, weil du halt dieses Grindset haben musst, so, weil du wirst ja nicht in dem Sinne reich, wenn du, wenn du gibst und gibst, aber du kannst es dann halt nicht abstellen, so, dann bist du halt irgendwie ganz oben, hast so viel Geld, du kannst es dein Leben lang eh nicht ausgeben, so, und trotzdem. Aber so Leute wie Jeff Bezos und so, die haben noch so viel Geld, die müssen einen Bruchteil irgendwie so, was für mich einen Cent ist, abgeben vielleicht, und könnten damit irgendwie einen Welthunger stoppen, das ist ja praktisch möglich. Ja, nicht ganz, das war ja nicht ganz richtig, aber ja. Naja, aber sie könnten halt echt mehr als einen heißen Tropfen auf den Stein bewirken. Das auf jeden Fall. Und auch echt Dinge verändern. Klar kann man auch mal wie ein Unicef 10 Euro Spätten zu Weihnachten, ja, macht auch was, was Gutes, aber das ist halt nur so ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber so Menschen wie Bezos, wenn der irgendwie einmal im Jahr so 50 Millionen abgibt, keine Ahnung, das bewirkt schon richtig krass, was man kann Armut echt bekämpfen langfristig. Das ist ja realistisch, dass man Dinge tut. Na, vor allem wäre es halt fruchtend, wenn man da vor Ort halt einfach eine Art Infrastruktur aufbaut, um sich selbst zu erhalten. Und dann halt nur nicht da einfach Geld hinschmeißen und fertig, sondern halt. Und dann nicht nach Afrika fliegen und dem ersten kleinen Kind da in den Koffer hingeben. Die Rosinenbomber, ja. Das ist klar. Aber ich habe mir manchmal vorgestellt, was wenn ich jetzt Milliardär wäre, habe man dann irgendwann so eine krasse Angst, dass man diesen Status verliert, dass man echt jeden Cent behalten will. Wie die sich da neulich irgendwie, wer war das wieder, die sich da, das waren auch, also zum einen gab es Elon Musk und Jeff Bezos, die sich irgendwie, wo Elon Musk ihm irgendwie so einen komischen Pokal hingeschickt hat, von wegen hier, herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz und so, was halt so fucking zehnjährig im Schädel ist. Und dann gab es irgendwie dieses, der haben doch um die Wette, Penisraketen Bezos, wollte mit so einem anderen, der um die Wette in den Weltraum oder so. Das ist halt alles so fernab von allem. Naja. Ja, dumm. Wir werden wahrscheinlich nie in die Lage kommen, das nachvollziehen zu können, wir wahrscheinlich niemals Milliardäre werden, aber es wird vieles ein Geheimnis bleiben, auf jeden Fall. Ich werde so ein beschissenes Leben haben, weil ich nicht Milliardär bin, Mann. Ja. Das ist einfach richtig sad. Auch sehr sad müsste jetzt J.K. Walling sein, noch eine kleine Uplifting News. Wieso hat sie bei Grindr jemanden rechts geswipet und der hat sich als Transvestit rausgestellt? Nicht ganz. Also J.K. Rowling ist ja die Autorin von Harry Potter und so weiter, hat sich als sehr trans und homophob geäußert. Und es gab ja auch ganz viele Gebäude, Schwulen, die ihr benannt worden sind. Und die erste Schule hat jetzt angefangen, ihren Namen wieder zu ändern, weil sie halt diese Transphobie nicht supporten wollen. Und jetzt fangen die Leute echt richtig krass an, sie auch aus diesen Geschichtsbüchern so ein bisschen rauszuschreiben und sie nicht mehr so als Person zu bewundern. Ich finde ja eh so Personenkult sehr schwierig. Klar, wie selber auch Falko fällt, er hat seine Tatur auf dem Arm, weil er auch als Künstler aufgetreten ist und ein Künstler war. Ist okay, aber das ist für mich, weil ich habe ja das nicht so mit diesem Cringe, aber so dieser Personenkult auf eine Person, das ist für mich wahrscheinlich das am ehesten, was da rankommt. Wenn man so völlig kritikfrei und hier, da geht es ja um die Musik so, keine Ahnung, gut, du bist auch so ein bisschen Fan oder der ist so talentiert, aber so fucking Musiker ist mir doch scheißegal. Aber, weißt du, wenn du da irgendwie diese Person anhimmelst und da irgendwie nichts dran kommen lässt, das ist richtig unangenehm, Alter. Auch mit Martin Luther, ja, also ich finde ihn ja als Person eh schwierig, aber man kann seine Reformation schon voll feiern. Ich finde auch, man kann einen Harry Potter-Fan. Martin Luther, Alter, beste Reformation, was geht? Man kann auch Harry Potter-Fan sein, bin ich ja auf, also man kann es auch gerne kaufen und supporten, aber kann ja trotzdem sagen, dass das Rowling halt einfach eine F ist. Man kann zum Beispiel auch sagen, Jackie Chan-Film ist das Geilste, was es gibt auf diesem Planeten, Jackie Chan ist ein richtiger Bastard. Genau, ja. Leider. Also so ein bisschen Trend so. Es ist voll möglich, weil manchmal ist nämlich die Kunst größer als der Künstler oder die Künstlerin in dem Fall. Ich bin ja dafür, aus den Geschichtsbüchern, aus den Straßen, die so benannt wurden, aus den Schulen, einfach J.K. Rowling nehmen, ja, dass Rowling durchschneiden, durchschneiden, durchstreichen und Simmen Hinschreiben, weil J.K. Simmons, das ist ein geiler Typ. Wer ist das? Ein Schauspieler. Aha. Kennst du bestimmt. Quib, äh, Quib, äh, Whiplash, Alter, Quib, Lash, zu oft Jackbox gezockt. Whiplash hast du nicht geguckt, das mit dem Schlagzeug? Nee. Dann kennst du ihn auf jeden Fall als J. Jonah Jameson von Spider-Man. Ja. Den kennst du. Ein guter Mann. Ja. Ich will ja gerade, wenn ich nehmen würde, wäre ich jetzt Schulleiter, ja, und bräuchte einen neuen Namen. Der Gag war einfach nur, dass der auch J.K. am Anfang heißt. Ja, oder J.F.K. kann man auch sich... J.F., ja, kann man ja ganz... Irgendwie sowas. Im Edding kann man das schon auch irgendwie deichseln. Die Undertaker Gesamtschule kommt so... Das ist witzig. Ja. Doch. Das sehe ich auch so. Würde hingehen, sage ich mal. Und noch, ich habe noch eine Downlifting-News, also mehr oder weniger. Down, Down... Downlifting. Und zwar kennst du die beiden Herren hier? Eih, doch, ganz dunkel. Ganz dunkel. Und zwar die Bogdanoff-Zwillinge. Sind das noch Herren oder ist das nur Botox? Das sind die Bogdanoff-Zwillinge, französische Fernsehmoderatoren. Die haben Botox gelebt. Ja, die haben... Die sind so 80% Botox. Botox ist die giftigste Substanz auf dem Planeten, Alter. Das ist irgendwie... Das ist so hart, dass das in dich reinspritzt. Also, wenn du da irgendwie eine winzige Spitze von Essen würdest, wärst du einfach Insta-Trip. Ja. Und google die mal. Und die sind jedenfalls jetzt beide gestorben an Corona. Beide? Ja, die sind beide Corona-Kritiker gewesen. Das ist aber romantisch. Jetzt bugt dann auf Zwillinge. Und die sehen echt fürchterlich aus. Oder sahen fürchterlich aus. Und sind in Sachen aneinander vor wenigen Tagen an Corona gestorben. Weil sie Impfgegner waren und auch dagegen sich geäußert haben mehrfach. Okay. Das ist so, wie wenn jetzt in Deutschland zum Beispiel sterben würde. Sonja Zitlow. Hanni und Nanni. Nee, Sonja Zitlow. So in der Reihe sind die. Also große Moderatorinnen. Ja, gut. Oder Elton oder so. Ja, Elton. War da sehr bekannt. Ich habe persönlichen Bezug. Aber bei Sonja, also sorry Sonja, aber da wäre mir das relativ egal. Da habe ich keinen Bezug zu. Die ist ja auch privat sehr schwierig. Du musst ja auch so Verschwörungstheoretikerin sein. Schwierig. Ja, ja, ja. Ja, das ist schade. Aber wer auch nicht. Ist ein bisschen doppelmoral. Weißt du, wenn ich sage Botox ist scheiße, aber tätowieren. Also im Endeffekt ist ja auch nichts anderes so. Aber das ist doch also. Jeder wie er mag, sage ich immer. Oder wie sie mag. Naja, wobei, wobei ich nehme es zurück. Weil ich glaube, man tätowiert sich eher nicht, weil man sich ungenügend findet oder so. Sondern weil man halt, weißt du. Aber ich glaube, viele Leute verwenden halt Botox, weil sie sagen, oh, meine Lippen sind zu klein. Oder weißt du, meine Nase. Da sind doch Menschen, die machen das echt dezent. Ja, wo du echt merkst, da hilft es irgendwie was. Dass man so ein bisschen Falten wegkriegt. Aber wie die beiden gerade aussahen, ja, das war ja, das waren ja Botox-Gesichter. Wo ja alles so comicartig aussieht. Die müssten doch, doch merken, dass es scheiße aussieht. Also wollen die so extravagant. Oder auch hier, wie heißt der, Harald Klöckler. Was bist du denn hier, Tino, dass du dein Schönheitsideal an diese armen Menschen ansetzt, die sich nicht mehr wehren können? Die haben ein Schönheitsideal. Die denken ja, die sehen aus wie Britney Spears mit 20 Jahren. Aber sehen halt aus wie Comicfiguren. Das ist ja meine Frage, wollen die so wie Harald Klöckler extrovertiert aussehen und auffallen? Oder denken die, als sie damit einfach dem Schönheitsideal entsprechen? Das ist ja meine Frage, die ich habe. Weiß ich nicht. Ich glaube, wir können auch sie leider nicht mehr fragen. Was wir aber erfragen können, ist dich und mich nach der Wertung der Woche. Oh, ganz vergessen, das gibt es ja auch noch. Ja. Wir haben den viralen Hitler vergeben an Jason Bruno. Das stimmt. Das ist ja immerhin was. Ja, also für mich ist halt irgendwie, das war so ein Flash, dass dieser steile Berg hier so hoch geht mit Koroni. Aber das würde ich jetzt nicht unbedingt in die Wertung reinnehmen. Shoutout an die Wissenschaftlerin aus Südafrika. Aber ansonsten, ja gut, die Promis sterben ständig an Corona. Joey's Jungle und Montana Black, ja okay. Also ich wäre so beinahe drei nur, glaube ich. Ja, ich würde dreieinhalb sagen, weil ich für Joey's Jungle gebe ich noch einen halben Punkt oben drauf. Dass der aufhört, ist schon, zumindest vorübergehend aufhört, finde ich schon eine Meldung wert. Ja, und Jason Tujulu hat ja immerhin. Und guck mal, die ganzen Kinder auf den Philippinen. Geil. Ja, das ist eine gute Nachricht. Aber es war ja nicht viral, glaube ich. Es war ja eher so eine net to know. Ja, ich wollte hier einfach mal so nette Sachen reinnehmen. Und ich finde es auch geil, wenn wir so, wir sind hier Mr., Mr., die Mr.'s International, weißt du? Das sind so Sachen, die kriegt halt keiner mit, aber ich finde das schon benennenswert. Weil plötzlich keine Kinder mehr geheiratet werden dürfen. Wir sind ja auch so eine Art Trivia-Podcast. Ja. Wir machen sowohl die viralen Hits, aber auch so die Sachen, die hinten runtergefallen sind. Ja, wie... Wie zum Beispiel die Kindheit vieler Philippinen. Zum Beispiel. Ja. Das machen wir alles für euch. Nächste Woche habe ich eine OP. Ich bin vielleicht gar nicht verfügbar. Willst du sagen was, oder was ist hier los? Nur Wasserzähne einfach. Nur so Nase richten und Brotos einspritzen. Ich habe da gerade so Zwillinge gesehen, war inspiriert. Richtig. Deswegen bin ich vielleicht gar nicht dann verfügbar. Okay. Das nur als Info. Das ist ja gut. Entweder v-produzieren am Mittwoch schon oder so. Am Donnerstag habe ich dann die OP. Ja. Da sind ja noch Hörerwünsche offen. Vielleicht machen wir da einfach eins, zwei. Oder das... Leute, die Musik ist so laut. Aua. Ja. Viel Spaß. Noch ein gutes neues Jahr. So, ich habe ganz vergessen. Ja. Ja. Irgend so was. Ja. Geht, geht wählen. Esst euer Gemüse auf. Geht bolern. Ich gehe jetzt bolern. Ich bin Sportler geworden. Ich mag jetzt hier so Sachen mit... ... 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 Bis zum nächsten Mal.